Das heutige Video wird nochmal extra unterstützt von den Kanalmitgliedern Marvin Miltkau und Movie Lou. Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cineman Will aus Liebe zum Film. Ja, neue Woche, neues Glück und das bedeutet auch diesmal wieder eine Auswahl der Blu-Ray-Neuheiten der aktuellen Kalenderwoche. Und diese Woche hat es mal wieder in sich jede Menge schöne Editionen gibt es. Teilweise wurden ein paar Sachen verschoben, dann gibt es jede Menge exklusive Sachen, die leider schon ausverkauft sind. Aber vielleicht der eine oder andere noch gar nicht auf dem Schirm hatte und versuchen kann über andere Umwege an die Editionen zu kommen. Wie immer das Ganze als Reminder gesehen und deswegen gehen wir jetzt einfach mal über die ganzen Releases drüber. Wir haben hier Time Cop mit Jean-Claude Van Damme in verschiedenen Mediabook-Variationen. Ich bin jetzt hier bei Pritz. Media, wie man sehen kann, ist hier das gängige Motiv leider schon ausverkauft. Aber es gibt Cover B und Cover A noch. Und da haben wir eben Cover A mit 31,99, das gezeichnete Cover, was wirklich meinem persönlichen Geschmack entspricht. Limitiert auf 444 Exemplare, verfügbar voraussichtlich ab dem 15.12.2020. Des Weiteren erscheint Hard Rain in 1, 2, 3, 4 verschiedenen Cover-Varianten. Allerdings genau das schöne Gezeichnete hier ist leider schon ausverkauft. Dafür bekommt ihr Cover D, C und B noch für 31,99 zuzüglich Versandkosten bei Pritz Media. Und auch hier steht dran, verfügbar voraussichtlich ab dem 15.12.2020. Wir machen weiter mit Better Watch Out. Das sollte diese Woche erscheinen. Leider kommt es aber hier zu Verschiebungen. Wir sehen bei Saturn oder Mediamarkt zum Beispiel das Datum auf den 23.12.2020 nach hinten verschoben und eine Woche. Benenblatt hat dazu ein Statement abgegeben. Better Watch Out verschiebt sich auf den 23.12.2020. Wir versuchen etwas früher auszuliefern. Übrigens wurde alle drei Cover mit Spock-Lack veredelt. Jo, machen wir weiter mit Resurrection und zwar Limited Cover B kann man aktuell noch bei Pritz Media vorbestellen. Ich weiß nicht, warum da drauf steht Ike Media exklusiv, wenn man es dann doch in anderen Läden kaufen kann. Hm, okay. Aber es gibt es hier noch für alle Interessenten für 17,12 Euro. Und 12, die andere Cover-Variante ist leider ausverkauft. Silent Hill einfach nur als Erinnerung. Ja, erscheint auch diese Woche, ist aber eigentlich überall restlos ausverkauft. Ja, verfügbar höchstwahrscheinlich ab dem 17.12.2020. Das war ja ruckzuck ausverkauft, sowohl Teil 1 als auch Teil 2. Dann machen wir weiter mit der Blut-für-Dracula-Sarg-Edition, die ja auch so gut wie überall ausverkauft ist. Bei JPC habt ihr noch die Möglichkeit für 178,99 Euro, euch diese Edition zu sichern. Erscheinungstermin 20.12.2020, das ist eigentlich der Sonntag. Also da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie sie das bewerkstelligen wollen oder ob es da vorher, nachher kommt. Auf jeden Fall einfach mal diese Woche mit aufgenommen, Zweckserscheinungstermin hier laut Angaben auf JPC. Ihr habt die Möglichkeit noch, euch das Mediabook zu sichern. Auch bei Pritz Media gibt es hier Blut-für-Dracula Nr. 31, Cover-A für 29,99. Und hier steht, voraussichtlich verfügbar ab dem 18.12. Kann natürlich auch sein, dass diese Edition dann auch hier ab Freitag verfügbar ist. Machen wir weiter mit Koch-Films. Wir sind hier im Koch-Films-Shop. Ihr seht, es geht kreuz und quer. Es ist ein absoluter Wahnsinn. 17.12. Zombie Dawn of the Dead, Mediabook, Ultra HD und zwei Blu-rays für 29,99. Dann haben wir Zombie Dawn of the Dead, eine andere Mediabook-Cover-Variante. Auch Ultra HD plus Blu-rays, allerdings Amazon-exklusiv. Und dann haben wir noch Zombie Dawn of the Dead, Retro-VHS-Edition, Ultra HD plus drei Blu-rays, auch exklusiv bei Amazon.de. Jo, machen wir weiter mit A Sin is Strange. Hier kommen diverse Hardboxen raus. Ich habe da mal die Übersicht einfach mal offen gelassen, damit ihr euch das anschauen könnt. Weil einzeln darüber zu gehen, wäre jetzt ein bisschen zu zeitaufwendig. Die Videos dauern sowieso schon lange genug. Deswegen gehe ich da eigentlich immer nur schnell drüber. Jeder, der sich für die Filme interessiert, kann unten in den Inhaltsangaben lesen oder auch selbstständig mal ein bisschen weiter recherchieren. Denn es gibt ja genug Kanäle, Trailer-Reviews und sonstiges dazu auch auf meinem Kanal. Also von daher passt es schon. TimeCop haben wir hier nochmal für 32,99. Lieferbar ab dem 15.12. Was hatten wir hier bei Preds Media? Jo, da ist sogar einen Euro günstiger als der Hersteller-Shop. Gibt es auch. Jo, dann machen wir weiter mit Candyman 2. Die Blutrache, Mediabook-exklusiv bei Amazon.de. Ist aktuell leider nicht mehr verfügbar. Wie das aussieht, sieht das eben wie die ganzen Koch-Media-Books aus. Da hat wahrscheinlich Amazon sich die Rechte gesichert. Das ist aktuell nicht mehr bestellbar. Jetzt wieder bestellbar, war auch lange Zeit nicht mehr bestellbar. Stephen King's Rear M. Es begann ohne Warnung auch ein Mediabook Amazon-exklusiv. Genauso wie Stephen King's Needful Things in einer kleinen Stadt. Auch das hier sieht eben wie das bekannte Koch-Media-Media-Book aus. Jetzt aber Amazon-exklusiv und jetzt auch wieder bestellbar für den 17. Dezember 2020. Wir machen weiter mit Nofretete, Königin vom Niel. Mediabook, Blu-ray plus DVD ab 18.12. für 20,37 Euro. Außerdem erscheint Tenet, der Film, auf den viele warten. Die Steelbooks allerdings absolut überteuert. 17.12. hier das Standard-Steelbook. Also wenn man da denkt, noch vor ein, zwei Jahren kamen die raus mit 16,99 Euro oder so. Dann war es 20,99 Euro, dann 24,99 Euro. Jetzt sind wir bei 29,99 Euro. Und einen drauf setzt noch selbstverständlich das 4K Ultra HD Steelbook für 44,99 Euro. Tja, da braucht man sich nicht wundern, warum das keiner kauft. Mach es ein bisschen günstiger und dann machst du es über den Preis. Aber soll jeder selber wissen. Aber wie gesagt, da braucht man sich definitiv nicht wundern. Der Herr der Ringe, die Trilogie erscheint auch angeblich jetzt am 17. Dezember im Steelbook. schon seit Ewigkeiten ausverkauft bei Amazon und sonstigen Läden. Die Steelbook Edition. Wir haben gesehen, Best Buy, wie die damit umgehen. Hoffentlich gehen sie bei uns in Deutschland besser damit um. Die Standard-Variante kann man sich hier noch bei JPC zum Beispiel vorbestellen. 17.12.2020. 59,99 Euro. Und Peter Jackson hat sich ja da noch selbst dazu geäußert, dass Anpassungen gemacht wurden in Form vom Color Grading und auch von der Schärfe und ein paar Effekten her. Ob das jetzt gut ist oder nicht, muss jeder letzten Endes selber für sich entscheiden. Er wollte einfach einen einheitlichen Look haben über alle sechs Teile seiner Mittelerde-Collection sozusagen, der Hobbit, die Trilogie und der Herr der Ringe. Was letzten Endes dabei rausgekommen ist, werden wir ab den 17.12.2020 sehen können. Machen wir weiter mit So High inklusive Bonus-Disc So High Teil Nummer 2 exklusiv bei Amazon.de. Ich nehme jetzt das Video schon ein bisschen vorher auf und zwar am Sonntag. Und bis das andere Video jetzt hier erscheint, müsstet ihr eigentlich schon die So High Blu-Ray-Review von mir gesehen haben plus Giveaway. Da habe ich ja auch noch was bekommen, um an euch weiterreichen zu dürfen. Ein paar Gratis-Blu-Rays. An den Anfang habe ich ein exklusives Lied von mir gesetzt. Das ist schon ein paar Tage älter und ich habe immer gewartet, bis mal der passende Film dazu kommt. Jetzt kommt genau der richtige Song der Film. Denn auf den Song So High von Method Man und Red Man zusammen mit einem Sample von Toni Braxton habe ich mir das instrumental genommen, also ein bisschen gepimpt und einen Rap drauf verfasst. Und ja, ewig gewartet, jetzt ist es an der Zeit. Das habe ich euch vorne mit reingepackt. Also, falls es euch interessiert, guckt euch allein deswegen schon mal das Video an oder hört es euch an. Je nachdem. Machen wir weiter mit Monty Pythons, Jabberwocky oder Wookiee. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man es ausspricht. Jabberwocky, denke ich mal, ist es richtig ausgesprochen. Und hat nichts mit Wookiees oder irgendwas anderes am Hut. Was geht mit mir ab? Und hier gibt es eben das limitierte Mediabook. Das habe ich auch bekommen. Ob da das Video bereits draußen ist oder nicht, kann ich euch aktuell nichts sagen. Ich komme kaum hinterher mit den ganzen Videos drehen. Aber ich beschwere mich nicht, weil es könnte ja auch andersrum laufen. Und das wäre viel beschissener. Also, in diesem Sinne bin ich froh, dass es so gut abgeht auf dem Kanal. Des Weiteren erscheint auch Follow Me. Da werde ich euch definitiv schon ein Giveaway-Video präsentiert haben. Sowie eine kleine Review zur 4K Ultra HD Blu-ray, die Cape Light hier noch mit rausbringt. Auch da haben sie mir ein paar Exemplare dazugegeben, damit ich die gratis an euch weiterreichen kann. Und wer wissen will, was im Film so alles abgeht. Und mein Kino-Erlebnis im Stile von Follow Me. Dem sei eben das Video empfohlen. Follow Me in Cinemax Kinobesuch plus Review. Jo, dann haben wir hier noch Follow Me eben für 18,12 Euro als Alternative beim Saturn. Für 18,12 Euro. Ab den 18.12.2020 für 11,49 Euro. Bleiben wir beim Saturn. Dann haben wir Cobra Kai Staffel 1. Und zwar hier auf Blu-ray. Allerdings mit einer anderen Synchronfassung, nämlich der von Nameless Media. Da könnt ihr euch die Trailer dazu ansehen. Einigen taugt es, anderen wieder nicht. Wie immer ist das alles Geschmackssache. Cobra Kai Staffel 2 kommt selbstverständlich dann auch noch zeitgleich hier mit raus. Ab den 17.12. Dann haben wir noch Pastewka, die Komplettbox. Ab den 18.12.2020 für 73,99 Euro. Dann noch ein bisschen Anime. Darf auch nicht fehlen. Girls und Panzer. Ich finde den Titel immer noch cool. Und auch die zwei sehen noch recht süß und niedlich aus. Des Weiteren haben wir jetzt diesen Titel noch, den ich mir verkneife, weil ich es definitiv sonst wieder verkackt. Und zu guter Letzt haben wir auch noch Pet Girl of Sakura Sue. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Volume 4. Hier in einer schönen Media Book Edition. Ab den 18.12.2020 für 39,99 Euro. Und das soll es dann gewesen sein. Mit einer Auswahl und einer Reminder. Eine Übersicht einfach über die aktuellen Blu-ray-Releases. Einzelne Kritiken, Unboxings und so weiter und so fort. Findet ihr ja auf meinem Kanal oder auf den Kanälen der Kollegen. Das würde definitiv immer den Rahmen sprengen, hier mit einzunehmen. Deswegen hoffe ich, dass ihr euch dennoch sehr gut informiert fühlt. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Dann sehen wir uns hoffentlich auch recht zeitnah wieder. In diesem Sinne, bleibt gesund. Auf bald und Servus. Auf bald und Servus.